Das Besondere daran ist eben, dass Frauen wirklich völlig anonym Beratung erhalten, auch zeit- und ortsunabhängig, also sie können die Anfrage stellen wann und wo sie wollen, wenn sie Internetzugang haben. Sie müssen nicht einmal eine E-Mail-Adresse angeben, sie können alle Daten weglassen und dadurch erreichen wir wirklich neue Zielgruppen. Wer es vorzieht, für das erste Gespräch einmal nicht hierher zu kommen, kann auch auf Frauen-Beraten-Frauen-Info bekommen. Wir sind eben wirklich eine Anlaufstelle für Frauen mit den ganzen Problemen aus dem weiblichen Lebenszusammenhang. Viele Themen werden hier persönlich und kompetent behandelt. Also ganz, ganz häufig ist der Anlass Beziehungskonflikte, wohinter sich sehr oft Gewalt verbirgt. Also wirklich ein ziemlich hoher Prozentsatz im Internet meldet sich auch aufgrund von Gewalt, auch wenn sie es nicht unbedingt so benennen. Informationsquellen sind nur von Vorteil. Ein erster Schritt zur Veränderung ist mit der ersten Anfrage einmal gemacht.